Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Part von Minecraft Adventskalender mit allen hier versammelt und meine Anführung ist super, deswegen fangen wir direkt an, wir wollen nicht da rumschrauben, wir wollen ja zocken. Wo ist der die 10? Der Adventskalender. Der Adventskalender. Ich bin da, ach da, ah, da läuft er. Adventskalender? So, wir sind jetzt 2, 9. 10 oder? Ne, 10? 10. Der 24. oder? Wow, wow. Der 24. oder? Oh mein Gott. Ah, Kiste, meine Kiste! Nein, mach mal. Die rote Kerzen kann nun folgen, du. Oh Gott. Max, hör auf die ganzen Boote zu klauen. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ja, natürlich. Oh Boote. Also, ihr seht ja diese höchst qualitative Boot-Arena. Ihr werdet gleich, also hier vorne seht ihr ja dieses schicke Teil, diese schicke Ampel und ihr werdet euch gleich aufstellen und zwar wird keiner vor der Ampel sein, ihr könnt aber hinter der Ampel sein. Wo ist jetzt dahinter und wo ist jetzt davor? Hilfe! Ja! Ich bin ins Wasser gegangen. Ja, hier ist davor und da ist dahinter. Mach keinen Sinn. Also, soll ich euch dahinter gehen? Genau. Ihr nehmt euch jetzt hier ein Boot. Können wir uns auch mehrere nehmen, falls irgendwie so stecken oder so? Nein, da komm ich nicht mehr. So was passiert, wenn man, wenn man nämlich, ja genau, wenn man nämlich blablab vom Boot runterstürzt. Und zwar würde ich euch jetzt noch mal kurz raten, hier alle auf das rote, auf den Steg zu kommen. Weil ich bin tot. Aus dem Boot einmal kurz aussteigen, auf den Steg zu kommen. Ey, das Lava nicht mehr! Ey! Dann halt nicht! Ich komm da nicht hoch! Ich komm da nicht hoch! Er flüchtet! Aua! Leute, ich bin immer noch tot, ne? Du bleibst da unten! Wir brauchen einfach jetzt so einen Weg hoch, ne? Nein! Du bleibst da unten! Alter! Was zur Hölle? Egal, komm! Ich warst du gerade da in den Lava-Packen! Hallo! So, also, auf jeden Fall nicht hoch! Ihr werdet gleich starken und wenn ich Go sage... Ja, glaube ich schon. Hallo? Ja, ich bin aber immer noch tot! Und es gibt drei Runden und jeder... Also es gibt... Man wird also... Wie soll ich das sagen? Also es gibt drei Runden, A eine Runde. Verstanden? Oh! Ups! Ich stelle euch auf, fährt eine Runde. Wer zuerst durchs Ziel ist, kriegt zwei Punkte für sein Team. Lol! Nice! Okay, hat's klar! Und wenn ihr crasht, müsst ihr wieder auf den Steg gehen, euch ein Boot nehmen und von vorne anfangen. Boah! So! Aua! Ich bin hier lappen! Alter! Ich war... Wow! Jawohl! Also wir müssen auf den Steg, wenn wir fällen, und wieder ein Boot nehmen. Genau! Okay! Und wieder von vorne anfangen, ganz wichtig! Und wie kommen wir auf den Steg? Das haben wir ja gerade schon so erfolgreich geschafft. Weil ihr im Sportball seid. Dann geht ihr einmal kurz sterben und dann spawnt ihr wieder drauf. Okay, alles klar. Dann stellen wir uns einfach vor die Ampel jetzt alle. Ja! Einmal bitte vor die Ampel stellen. Oh! So! Hey! Das war mein Boot! Hey! Wo ist deine Ampel? Das war mein Boot! Hey, die Ampel kommt drauf! Nein, meins! Ah nein! Nicht fahren! Nicht fahren! Nein! Nichts qualifizieren! Nein! Nichts qualifizieren! Nichts qualifizieren! Nein! Das war der Halt! Stopp! Leid ihr alle drin? Ja! Warte mal! Ey! Schub mich mal nicht! Was macht ihr denn? Ich versuch nur! Hey! 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 Was sind wir da? Ich kann verlassen! Tschüss Kate! Tschüss! Das wollte ich gar nicht! Oh! Nein! Rückwärts! Halt! Stopp! Nein! Nein! Gut! Was macht ihr bitte? Sehr gut! Nicht verwegen! Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Das zum Thema Spawnpoint! Ey! Was ist jetzt los da? Nein! Was macht ihr denn? Wer rammt denn hier wie so ein verrückter? Oh! Oh! DC Minecraft News! Hör auf zu rammen! Rammeln! Rammeln! Könnt ihr mal aufhören! Einfach so stehen bleiben! Mein Boot! Nein! Nein! Mein Boot! Hab mal! Boot! Bleib stehen! Haben wir es dann? Ja! Ich bin noch tot! Wie du immer tot bist! Ja! Was kann ich denn dafür wenn ich irgendwie ins Wasser gestoßen wäre? Oh! Ja! Toll! Können wir! Ich sag mal Go! Wer jetzt Pech hat der hat halt Pech! Ich bin noch nicht im Spiel! Ich bin noch nicht im Spiel! Ich bin noch nicht im Spiel! Ey! Warte mal! Wo bist du denn? Ja! Nicht da! Ja! Du hast auch deinen Spawnpointer in der Mitte bekommen! Theoretisch! Ich finde aber nicht gespawnt! Dann kill dich einmal! Ja! Wie? 1, 2, 3, 4! Einer fehlt noch! Ja! Der Mentor! Wäre ja auch sonst! Also ich kann ja mal ganz kurz sagen hier nebenher im Video! Hä? Ich spawne immer wieder an dem Baum hier! Dann teleportier dich halt hierher! Ja! Hat der nicht mal von euch Last Man Standing gesehen? Nein! Nope! Nein gar! Gute Improvisation! Ja nice! Können wir anfangen! Die technischen Spielkeiten, weil Last Man Standing waren ja auch krass! Warum? Warum kann der nicht spawten? Was hab ich denn damit zu tun wenn er jetzt da so behindertfällt? Ich kann doch nicht dafür wenn mal einer reinfährt du Vogel! Und vor allem was kann bitte Rocken! Solche Wörter will ich hier nicht hören! Junge! Wie gesagt ich soll jetzt kaum mehr! Ich kann doch nichts dafür wenn ich hier nicht spawne! Was ist denn jetzt wenn ich sterbe? Können wir mal! Das wollt ihr gar nicht! Ihr sterbt gar nicht weil ihr gar nicht nach unten fahrt sondern auf den Steg geht! 3, 2, 1, go! Yay! Okay! So! Jetzt ist erst grün gewesen hier! Rabau! 3, 2, 1, go! Ist egal! Ja das bin ich auch! Alles andere! Ihr seid ja echt scheiße! Oh! Nein! Nein! Aua! Aua! Yay! So sketch! Einfach mal wieder Max führt! Raus! Ich bin auch beim Baum gespawrt! Ach man! Warum? Ja siehste du bist auch beim Baum gespawrt! Ich konnte nichts dafür! Ich treffe mich aber selber! Ich kann das nämlich! Wow! Was ist jetzt los? Schnappt euch alle im Boot! Ist schon Ende! Boot wieder! War schon einmal einer hier der andere Feuermagier! Der hat sich vorgecheatet! Ja! Es gibt nur einen Feuermagier oder? Ja was bist du denn? Du bist doch ein Feuermagier! Wenn alle im Wasser sind! Nein! Ist doch Feuermagier! Wow! Nein! Ist schon wieder da rein! Spielen wir dreimal eine Runde oder was? Ist auch mein YouTube Style! Echt? Feuermagier! Ja auf jeden! Immer! Wir müssen auch rein! Wir müssen auf DC herrten! Wo ist denn DC schon wieder? Aber mich freut es ehrlich! Er ist nicht da! Er erkennt dass ich ein Feuermagier bin! Sonst sagen immer alle was ist denn das von komisch! Ja ich hatte halt früher der Feuermagier als Herrscher! Und da waren einige die so mit so einem Skin rumgelaufen sind! Ne aber es ist echt drin! Da 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 da! Wir waren die singen! Ach! Interwebs weg! Oh! Einen Chaos-Truppe schlägt! Einmal mit Profis aufnehmen! Einmal mit Profis! Nur einmal! Hört mal auf mich! Immer von diesem blöden! Einmal mit Leuten mit guter Internetleitung! Die nicht alle 20 Sekunden abstürzt! Das ist noch ein bisschen schwierig! Oder weiß ich nicht wo das Minecraft alles an ist! Hey! Was steht denn? Nein! Aua! Ey jetzt! Ich hasse das wenn man hier bremsen will! Ey ey ey! Direkt rückwärts! Und dreht sich irgendwie voll komisch! Voll unnötig! Voll unnötig! Oh Leute! Ey Mentor! Jetzt hast du mich wieder angestupst! Nein! Wollte ich aber doch nicht! Ich fahr doch! Hör auf mich anzustupsen! Wir sind ja nicht bei Facebook! Ja ja ja! Das weißt du doch! Wenn ich eine anstupst will er sofort was von dir! Mentor! Alte Sau! Warten wir jetzt auf PC oder nicht? Warum ist denn die grüne Ampel mit so einem Schwamm bedeckt? Ey! Nein! Gar nicht! Die ist gelb grün! Da geht noch was! Entweder wird sie gleich rot oder grün! Das ist der endgültige Zell runter! Ich will jetzt auch mal da hoch fahren! So wie es geht! Das ist aber geil! Was ist denn jetzt? Ach komm! Ich komm nicht hoch! Doch jetzt! Was macht ihr denn? Freiheit! Das ist halt der Map! Tschüss! Ja! Hier ist es jedenfalls schöner! Wow! So jetzt erstmal oben lang fahren! Nein! Ach Mann! Was macht ihr denn jetzt? Du Boll! Nein! 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 Wie kommt man denn da hoch? Ich hab das gar nicht gehört! Du schwimmst einfach mit dem Boot nach oben so! Du musst einfach da dran fahren so! Ungefähr! Und dann... Scheiss! Und dann ist der Chip ja kaputt! Ja! Das... Gutes Beispiel, ne? Nein! Okay, Alter! Wie sieht das aus? Fangen wir jetzt an oder? Ja, ich glaube wir fahren dann... Oh... Wieder kaputt! Ja, was ist jetzt? Also der ist weg! Aua! Achso! Ding ist weg! Die sie! Die sie! Sag mal die Partner! Können wir jetzt auch nichts dran ändern! Unnütz! Alles unnütz! Das Interwebs ist schlecht! Ja, dann hat er Pech! Ja, dann muss er sein Teamkamerad für ihn... Ja, genau! Alleine! Ganz einfach! So ist es! Also nicht Go jetzt, ne? Also alle wieder dahin und wenn... Alle hinstellen! Oh mein Gott! Free! Entschuldigung! Und du komischer Mad Master! Du gehst jetzt, weil du vorhin gewonnen hast, in die letzte Reihe! Die! So! Ja! Rot! Grün und... Rot! Grün und... Grün und gelb! Rot! Grün und gelb! Baluin! Du sollst sterben gehen! Ich schaff das! Nein! Hier sind ja Boote! Mensch, hör los! Mach Baluin schon Putsch! Nein! Oh nein! Ja! 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 Ja, ja! 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 Alter! Das war ja wohl immer! Hallo? Ja, er hat... Das war ohne Scheiß, das war was. Ja, wir sind schon wieder durch, oder? Das ist hier ganz schön unfair, ich hätte das gewonnen. Wir sind schon wieder durch, oder? Ja, wir sind noch einen. Leute, mein Brüffi hört einfach weiter. Ja. Eine Runde noch, oder wie? Jetzt wüsste ich ja mal gerne, wer hier die Regeln macht. Ja, ich nicht. Der Weihnachtsmann, so. Weihnachtsmann. Aua, Aua. Ach Marx, da haben wir letztens schon drüber lamentiert. Auf da zu singen! Ey, der hat mich angestunzt! Halt! Halt, stopp! Jetzt reicht es dir aber, so. Alle wieder hinter dir. Alter, was ist mit los hier? Verlies mit dir, ne? Die absolute Eskalation. Nein, 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 stopp, nein! Oh, nein! Eskalation! Ey! Okay, gut. Okay, hinter die Linie. Ja, okay. Skate, 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 skate. Grün und rot! Grün, los! Nein! Nein, ich bin vorbeigezogen! Nein, ich will mich da skaten! Nein, nein! Nein, der behinderte Mad Max warst du nicht. 20. Wie das Max einfach besser kann als wir alle. Nein, mein Boot ist kaputt! Ich schwimm jetzt einfach und jetzt wieder. Nein! Skate, du! Ich fahr' noch ne weitere Runde. Alle feiern ihn! Er spritzt mit Samhanya! Weißt du, der überholt uns einfach nochmal! Aua! 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 Mann! Was macht ihr denn? Wie geil, was im Chat steht! Freaks try to swim in Lava to escape skate! Ja, skate! Ich hab's probiert hier zu kommen, aber es hat nicht geklappt, Mann! Leute, ich schwimm! Ich bin mit dem Boot im Schnee! Yeah! Yeah! Okay, alles schwange im Boden! Jut, dann haben wir's ja! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns morgen beim nächsten Türchen wieder! Alter, ihr Chaoten, ne? Tschüss! Bis dann!